Herzlich willkommen zum ersten Eistalk der neuen Saison. Ich darf heute Bernhard Starkbaum von den Spuso Vienna Capitals bei mir begrüßen. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Hallo und danke für die Einladung. Du bist jetzt in neuer Funktion, du bist seit einigen Monaten der Goalie Coach der Capitals. Verfolgst du die Spiele der Win-to-the-Eishockey-Liga jetzt auch unter einem ganz anderen Aspekt? Nein, ich sehe es vielleicht aus einer anderen Perspektive. Davor habe ich im Prinzip immer nur das Spiel von hinten gesehen, jetzt eher von oben. Aber im Endeffekt hat es im Eishockey nichts geändert. Ich will jetzt mit dir die ersten drei Wochen der neuen Saison ein bisschen noch analysieren. Wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen, ganz oben steht der EC Red Bull Salzburg. Kann man sagen, der Titelverteidiger wird seiner Favoritenrolle früh gerecht? Ja, ich denke Salzburg hat einen sehr guten, einen sehr tiefen Kader von der Qualität her top. Sehr viele Nationalteamspieler, gute Imports, von denen jetzt sind wir ausgegangen. Ich denke, dass die gleich vorne wegziehen werden. Aber wie wir auch gesehen haben, in den anderen Spielen sind sehr viele enge Spiele dabei. Jeder kann jeden schlagen und da hast du einfach wirklich jede Nacht performen. Es gab ja über den Sommer bei einigen Vereinen Trainerwechsel, so auch bei Salzburg. Die Fußstapfen waren natürlich große mit zwei Meistertiteln, die Oliver David jetzt hatte. Ist es da umso wichtiger, dass man erfolgreich in die Saison startet, dass der Druck nicht gleich sehr groß wird? Ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein, weil einfach Salzburg, die wollen immer gewinnen, so wie jede andere Mannschaft auch und jeder fokussiert sich auf sich. Jeder will seine Leistung abrufen, sein Bestes aufs Eis bringen und es wird am Eis gespielt und nicht am Scoresheet, was für Namen da oben stehen. Es muss einfach die Leistung aufs Eis bringen und das zählt. Auf Platz zwei aktueller HC Pustatal. Die Südtiroler hatten ein paar namhafte Neuzugänge im Sommer. Heißt nicht immer, dass man Erfolg hat. Bei Pustatal scheint es aufzugehen. Wie siehst du aktuell nach den ersten Runden das Team aus Bruneck? Ja, sie haben sich sehr gut verstärkt. Viele namhafte Spieler geholt, die viel Erfahrung haben und die ersten paar Runden gute Leistungen, denke ich, gebracht haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine einzige Partie gesehen von ihnen. Aber ja, wir bereiten uns auf uns vor und wir werden das dann, glaube ich, nächste oder übernächste Woche sehen. Zu den Überraschungen der bisherigen Saison zählen auch die BEMA Pioneers Vorarlberg, der Tabellenletzte der letzten Saison, diesmal sehr gut gestartet. Die Neuzugänge sind da eigentlich auch voll eingeschlagen bislang. Wie wichtig ist auch so eine Momentaufnahme? Kann das sein für den Standort Vorarlberg? Ja, wir werden sehr froh sein, schon einige Punkte gesammelt haben zu können. Aber das ist alles mittlerweile Vergangenheit. Jeder kann sich nicht auf den Leistungen oder sowas ausruhen. Wir spielen zwei bis drei Spiele die Woche. Jeder will so viele Punkte wie möglich sammeln. Und es ist schön, wenn man gut startet, hat man vielleicht ein bisschen einen Bonus oder sowas. Aber im Endeffekt zählt nur das, was vor einem liegt. Und da muss man einfach nach vorne schauen. Weiter an den Schwächen arbeiten, die Sachen, die funktionieren, beibehalten. Und einfach schauen, dass man als Team Step für Step einfach den nächsten Schritt macht. Wenn ich noch kurz beim Team aus Feldkirch bleibe, aus deiner Goalie-Perspektive sicher sehr erfreulich. David Madeleine hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt. Funkrote bei knapp 93 Prozent. Ist das auch ein Ausrufezeichen im Hinblick auf die Nummer eins Position im Nationalteam? Das muss dann nachher der Trainer beim Nationalteam entscheiden. Es freut mich immer zu sehen, wenn Österreicher spielen und vor allem auch erfolgreich spielen. Gute Leistungen abrufen können. Und ich denke, er ist ein guter Kerl. Er arbeitet dort und hat sich das auch verdient. Wir springen auf Platz 9 in der Tabelle. Das ist der Tabellenstand von den Spuso Vienna Capitals. Wie bewertest du euren Saisonstart? Ja, ich denke, gemischt, sagen wir mal so. Wir haben leider Gottes sehr viele Verletzungen. Dadurch ist unser Line-Up teilweise sehr knapp. Vor allem in der Verteidigung sind wichtige Spieler ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gegen Villach gewonnen in der Verlängerung. Wir haben gegen Fehrer war im ersten Drittel sehr gut gespielt. 3-1, 3-0 geführt. Das waren alles sehr enge Spiele. Und einmal gewinnt man, einmal verliert man. Wir wissen, dass wenn alle wieder zurück sind, einige Verletzungen, wenn die alle wieder an Bord sind, dann sind wir eine richtig gute Truppe, die sicher noch nicht da ist, wo wir sein wollen. Einfach weil auch viele neue Spieler ein neues Trainer, ein neues System. Das dauert alles, bis das Radl ins andere greift. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall am richtigen Weg. Ihr habt bislang die meisten Gegentore erhalten. Ist das dann, dass man früh in einer neuen Funktion vielleicht schon die ersten Sorgenfalten hat? Oder wie gehst du auch damit um in deiner Analyse? Das ist ein Teil im Prinzip. Wir haben mehr Tore bekommen, als wir letztes Jahr gekriegt haben. Aber wir haben auch mehr geschossen im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gehabt haben. Und wie gesagt, das ist ein komplett neues Spielsystem. Jeder Spieler muss sich erst daran gewöhnen. Die Laufwege, die funktionieren manchmal super, manchmal nicht so gut. Aber das heißt nicht, dass man irgendwas über den Haufen werfen muss. Wir müssen einfach weiter konzentriert an den Details weiterarbeiten und dann auch die Leistungen beim Match of the Ice bringen. Ich gehe mit dir noch kurz in der Tabelle weiter runter. Mit Asiago, Graz und Bozen sind gerade drei Teams außerhalb der Playoff- bzw. Pre-Playoff-Ränge. Die Graz sind das einzige Team, das noch keinen Sieg verbuchen konnte. Nimmt man das so ein bisschen als Rucksack, Runde für Runde mit? Wird das dann vielleicht auch zu einer mentalen Komponente? Sicher ist es nicht einfacher, wenn man gerade bei einer Losing-Streak ist. Jeder will unbedingt gewinnen. Jeder will alles umsetzen, was der Trainer vorgibt. Man haltet vielleicht den Schläger einfach zu steif und fehlt einfach der gewisse Flow und die gewisse Lockerheit dann. Aber in solchen Situationen hilft es nichts. Man muss einfach weiter hart arbeiten und an sich glauben. Das ist ganz wichtig. Wenn du auf einer Losing-Streak bist und immer nur denkst an das Negative, dann wird es nie ins Positive umschwappen können. Du musst einfach weiter an dich selber glauben. Vorwärts schauen und sagen, okay, die zwei, drei Kleinigkeiten, denen mag ich arbeiten, keep it simple und dann einfach weitergehen. Und zur großen Überraschung der HCBS Südtirol, aktuell am Tabellenende. Gefühlt glaubt jeder oder wartet jeder, bis der Erfolgslauf der Füchse beginnt. Rechnest du damit, dass sie bald einen Lauf starten können? Weiß ich nicht. Ich habe auch Bozen bis jetzt noch nicht gesehen. Wir fahren jetzt am Wochenende nach Bozen. Da werden wir erst einmal sehen, wie Bozen spielt. Aber vom Kader her, denke ich, haben die sehr, sehr starke Truppen, genauso wie sie letztes Jahr gehabt haben. Sie haben einen neuen Trainer gehabt. Mittlerweile ist er auch wieder weg. Jetzt ist ein alt bekanntes Gesicht. Jetzt, denke ich, werden sie wieder zur alten Taktik oder weiß nicht vom letzten Jahr zurückgreifen. Wie auch immer, Qualität ist vorhanden und es reicht oft einmal ein Spiel und dann wird der Schalter umgelegt und auf einmal läuft wieder alles. Es sind oft Kleinigkeiten, die ein Spiel entscheiden können. Und ja, dann hast du einmal vielleicht nicht das Pech auf deiner Seite, sondern die Scheibe hupft für dich und anstatt, dass du die Stange raushupfst, hupfst du die Stange rein. Und ich denke, Bozen wird weiter hart arbeiten und versuchen, in den nächsten Runden Punkte zu sammeln.